Gold, Gold. So, 41 Gold noch. Ich kann mir ein Pferd leisten. Nee, geht bloß nicht schneller. Hallo. Hallo. Hab ich es aktiviert? Nee, natürlich nicht. Hallo. Wie geht es Ihnen? Anscheinend nicht mehr so gut. Oh, 24 Gold, dann kann ich mir ein Pferd leisten. Alter. Komm, wir spielen Pac-Man. Ja, ich habe alles fürs Pferd zum Ölschutz zugegrabben. Alleinigstes. Frisst das. Aua. Das passiert, wenn du mich antreffst. Cool. Hallöchen, Hexe. Ich sammle mal eben deinen Lauch, deinen Kohl, deine Kartoffeln. Und dann kannst du die wieder bepflanzen, ne? Ohne Samen. Ja. Ich fühle mich hier draußen immer so einsam. Ja, der kommt mit, du hast auch ein Bett, oder? Ja, komm. Komm, hier. Kann man noch nicht mal mit interagieren. Also mit ihr. Halt die Fresse! Sorry, wenn ich wieder übersteuert habe. Hallo. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Okay. Äh, wo sind wir denn? Wir sind da. Weiß noch. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Na? Ihr redet. Geh vor. Hehe. Ich geh vor. Hehe. Gehst du denn jetzt mal bitte? Hehe. Mann! Was machst du denn? Hehe. Hehe. Wir sehen uns. Ein Drache. Ein Drache. Ja. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat. Ah. Ah. Wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Was? Und? Was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz klar. Nein. Drücken wir aus. Hm? Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen buggy. Ich stehe auf eurer Seite. Hier, die lädt jetzt kommen. Sei nicht vielleicht. Hier, die lädt jetzt kommen. Ja. Agonia. Ja. Ja. Ich habe gerade Joll gemacht. Das war meiner. Na, Großer. Du. Du hast jetzt mir. Bitch. Pfff. Pfff. Äh. Pferd. 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 von Dovergreet. Dankeschön. Ist ja gut. Das fällt zu. So. Lydia! 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 Lydia, komm schon. Komm mir mal ein bisschen entgegen. Hä? Danke. Ja, das Dachenskelett ist da wieder gespawnt. Okay. Das tut bedeuten, dass die Items eventuell noch da sind. Das tut bedeuten, dass ich die Items Lydia gebe. Lydia! Toll, warum muss ich immer entgegenkommend sein? Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.